Multifunktionswerkzeuge sind Werkzeuge, die mehrere Funktionen in einem Gerät vereinen, wie beispielsweise Schleifen, Schneiden, Sägen und Polieren. Sie sind wichtig, da sie Vielseitigkeit und Effizienz bieten, indem sie es den Benutzern ermöglichen, verschiedene Aufgaben mit nur einem Werkzeug zu erledigen. Dies spart Zeit, Platz und Geld, da man nicht mehrere spezialisierte Werkzeuge kaufen muss. Multifunktionswerkzeuge sind daher für Handwerker, Heimwerker und Profis in verschiedenen Branchen äußerst nützlich und werden für eine Vielzahl von Projekten eingesetzt. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Multifunktionswerkzeuge. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Unlielax Multifunktional Tool. Das rotierende Werkzeugset verfügt über 6 variable Geschwindigkeiten. Die niedrige Geschwindigkeit eignet sich am besten für Polieranwendungen und empfindliche Projekte wie fragile Modellteile. Die hohe Geschwindigkeit ist ideal zum Schnitzen und Formen von Materialien. Der leistungsstarke Rotationswerkzeugmotor bietet eine starke Rotationsleistung bei niedrigerem Geräuschspiegel, sodass Sie Ihr DY-Projekt ohne Probleme durchführen können. Anwendbar auf Edelstahl, Porzellan, Stein, Kunststoff, Holz, Armbänder und so weiter. Dieses rotierende Werkzeugset enthält bis zu 85 verschiedene Spannzangen-Zubehörteile zum Polieren, Weinigen, Schnitzen, Schleifen, Schleifen und sogar zur Pflege der Nägel von Haustieren und so weiter. Die flexible Welle liegt wie ein Stift in der Hand für präzise Projekte. Bohrer helfen bei der präzisen Bearbeitung von Holz. Eine Diamantscheibe ist der beste Tipp für Keramik, Bodenfliesen und so weiter. Das Rotationswerkzeugset ist in einem robusten Tragekoffer verpackt, der stabiler, stoßfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Maschinen und Zubehörteile sind gut organisiert, leicht zu platzieren, leicht und tragbar zu tragen. Hier ist der Punkt Nummer 4, Deppstech Multifunktional Tools, der DC08-Rotationswerkzeug mit 8V bietet starke und gleichmäßige Leistung. Die fünf variablen Geschwindigkeiten von 5000 bis 30.000 Ohmen ermöglichen eine flexible Anpassung der Geschwindigkeit. Es kann auch die Einstellung des Ganges für 5 Minuten speichern, sodass Sie die Geschwindigkeit während kurzer Pausen nicht ständig anpassen müssen. Nach 5 Minuten kehrt es zum Standardgang zurück. Es erfüllt fast alle Anforderungen für DIY- und Heimwerkerprojekte. Dieses multifunktionale Werkzeugbatterie hat einen 2,0R-Akku und ein Typ-C-Kabel, sehr praktisch zum Aufladen. Die Batteriekapazität sorgt für eine längere Laufzeit und der Indikator zeigt deutlich den Ladestand an, sodass Sie das Werkzeug beruhigt verwenden können und sich keine Sorgen machen müssen, dass der Akku plötzlich leer wird und sich von Kabeln und Steckdosen verabschieden müssen. Konventionelle Rotationswerkzeuge können leicht aufgrund versehentlichen Berührens der Sperrtaste stoppen. Aber keine Sorge, das fortschrittliche Deppstech-Rotationswerkzeug maximiert die Effizienz des Sicherheitsmechanismus und reduziert die Möglichkeit häufiger Stops, sodass Sie beruhigt arbeiten können. Mit nur 370 G Gewicht und 22 cm Länge ist es eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die keine sperrigen Kabel an ihren Werkzeugen möchten. Dank des bequemen Griffes und der Belüftungskonstruktion ist es perfekt für detailreiche Arbeiten geeignet. Außerdem ermöglicht der integrierte Haken ein müheloses Aufhängen mit einem Seil, sodass auch längere Arbeitsstunden ein Kinderspiel sind. Der Punkt Nummer 3, Goxavi Multifunktion Rotary Tool, die Drehzahl des Rotationswerkzeugs wird durch einen einzigen Knopf gesteuert, der drei Geschwindigkeiten von 5000-10.000-15.000 Ohm in klar durch drei rote Lichter am Werkzeugkörper anzeigt. Durch Drehen des Werkzeugs können Sie die Geschwindigkeit fein einstellen, um die Arbeit optimal zu erledigen. Die zahlreichen Wärmeableitungslicher ermöglichen eine schnelle Wärmeableitung des Geräts, schützen die Werkzeuge, machen sie langlebig und verlängern die Lebensdauer des Motors. Das Rotationswerkzeug wird mit einem USB-Kabel geliefert, das einfach über jeden Ladeadapter aufgeladen werden kann und an Powerbank, Laptop oder USB-Steckdose angeschlossen werden kann. Die Ladezeit beträgt circa eine Stunde. Das Rotationswerkzeug-Set ist mit einem Spindelknopf ausgestattet. Durch Drücken des Spindelknopfes können Sie Zubehör und Aufsätze leicht installieren und demontieren. Unsere verschiedenen Zubehörteile und Aufsätze erfüllen die meisten Arbeitsanforderungen. Es akzeptiert Zubehör und Aufsätze für Rotationswerkzeuge verschiedener Marken. Schleifaufsätze machen Ihre Handwerksarbeiten glatter und gleichen unebene Oberflächen aus. Mit dem Schleifkopf können Sie Rost von Metalloberflächen entfernen, Farbe entfernen und Holz, Glasfaser und Gummi formen. Es wird für präzise Handwerksgravuren auf Glas, Holz, Metall, Kunststoff, Spiegel, Keramik und anderen Materialien verwendet. Sie können jedes Muster gravieren, um ein einzigartiges Geschenk für Ihre Familie, Freunde und Ältesten zu schaffen. Nummer 2 in unserer Liste, Tieswal Multifunktion Tool Die hochwertige Aluminiumoxidschleifring bricht unter starkem Druck nicht dank verbesserter Technologie und gewährleistet somit sicheren Betrieb. Die 145 Zubehörteile umfassen verschiedene Bohrer und flexible Welle, Schutzabdeckung, Positionierer für Bohrer und Präzisionsgreif mit Licht. Mit dem multifunktionalen Werkzeug von Tieswal können Sie sägen, trennen, schleifen, gravieren, fräsen, schneiden, reinigen. Sie können einzigartige Handwerke selbst herstellen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Werkzeug ist in weichem Gummi eingewickelt, um die Vibrationen während des Betriebs zu reduzieren, und eignet sich für langfristige Arbeiten. Der Zusatzgriff mit Licht eignet sich zum Bohren und Schneiden und ist ergonomischer. Das Tieswal 160 W Multifunktionswerkzeug kann die Geschwindigkeit in 6 Gängen zwischen 8000 und 33000 Umin einstellen. Tieswal kann es problemlos erledigen, ob kraftvolles Fräsen oder feines Schleifen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Vasta Multifunktion Tool, der multifunktionale Vasta-Werkzeugkoffer mit Zubehör umfasst 218 Accessoires und 3 Aufsätze. Es ist voll funktionsfähig und erfüllt die Anforderungen an Bohren, Schnitzen, Schleifen, Polieren und Rostentfernung. Dieses Elektroschlafwerkzeug ist ideal für Heimwerker. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor bietet das hochleistungsfähige Multifunktionswerkzeug starkes Drehmoment und 6 Stufen variabler Geschwindigkeit. Das Sicherheitsschalter-System mit Antifehlauslösung wurde verbessert, mit Leerlaufdrehzahlen von 8000 bis 3500 Umin für Polieren und Reinigen bei niedriger Geschwindigkeit sowie schnellem Schnitzen bei hoher Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeitsregelung wurde optimiert, wobei der Schaltmechanismus stabiler ist. Der Griff ermöglicht präzise Gravuren, Schleifen und Schnitzarbeiten mit erhöhter Stabilität. Der Schneidförder ist für verschiedene Schnitttiefen geeignet und gewährleistet einen guten Betrachtungswinkel sowie Stabilität. Eine Vielzahl von Zubehörteilen kann einfach installiert und ausgetauscht werden, um die Arbeitseffizienz zu verbessern. Das Drehwerkzeug ist leicht und einfach zu bedienen. Die ergonomische Gestaltung mit stapelbaren Matten ermöglicht entspannteres und komfortableres Arbeiten über lange Zeiträume. Die Wärmeableitungslöcher sind so konzipiert, dass die Hände während stundenlanger Arbeit nicht verbrennen und sie sind mit Haken ausgestattet, um sie sicher zu verstauen, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Multifunktionswerkzeuge unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.